und damit herzlich willkommen zu shadow of the tombrider ich bin es euer max deus und ich wollte mit euch jetzt wirklich nach Tombrider Definitive Edition und Rise of the Tombrider auch den dritten Teil der Trilogie machen bevor wir nach einer Pause die älteren Teile auch noch angehen und ja ich hatte jetzt gedacht ich starte direkt mit euch mal ein neues Spiel muss jetzt mal gucken passen die Einstellungen von Sound alles eigentlich im grünen Bereich ich hoffe das passt wenn nicht müsste mir das einmal sagen dass ich das dann nochmal einstelle so wir starten neue Spiel Gesamtschwierigkeit Initiationsritus eins mit dem Dschungel tödliche Obsession einfach Einfallsreich ich würde alles normal lassen würde ich sagen einfach normale Spieligkeit also ja das passt alles auf Standard würde ich sagen so wählen sie ein Waffe im Momentalmenü des Baselagers aus und drücken sie dann X um ein Upgrade durchzuführen okay das ist jetzt so lange hätte ich das vorlesen sollen für unseren Freund Mike Sherlock okay mein Controller ist am Vibrieren okay ja 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 Es gibt keine Pfeilschirme! Ich weiß! Wir müssen aufschlippen! Es ist so, forgett es! John, haben wir... Sarah, bist du völlig kaputt! Wir haben keinen Fall! Ich bin doch nicht auf dem Blutzeug! John! John! Geht schon gut los! Das ist... Zwei Tage zuvor! John, kannst du mich? ... ... ... ... Oh, Scheiße. Lara, alles okay? Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. Schneiden wir jetzt einen Fuß ab? Alter. So, was muss ich machen? Ah, okay. Boah, das wäre mir echt viel zu eng. In solche Höhlen zu krabbeln und so. So, Trinity Marker, ein Emblem, das ist Trinity, okay. Nein, wir haben jetzt so ein Licht. So, benutze sie, um sich zu bewegen, ja. Ein schwaches Licht, aus der Höhle klettern. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. Sechs Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Dominguez? Das stimmt, hier war ja schon, äh, von so Überhängen klettern. So. Na, vorn und drücken sie A, um zur nächsten Kante zu springen. Wenn ich so klettern könnte. Lara! 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 Wow! Sieht dir das mal an? Die Becherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, das geht schon. Was ist das hier? Hi, Luffy. Mystische Bilder. Die Endschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Er verwischt hier seine Spuren. Ich antworte gleich, Luffy. Nach, nach... Wir müssen schnell hier weg! Erstmal Foto machen. Komm jetzt! Los! Los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, großer Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach, übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Ich stelle in den Kopf. Wieder ums Essen. Ja, ich kriege jetzt nichts runter. Was? Na, diese Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wahlfahrt von dir machen. Boah, die Musik ist geil. Ich bin sofort in meinem Chat, ja? Ja. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Pisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also, Südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an. Es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Eine Präzession könnte... Äh, Präzession. Die Erde ist geneigt. Deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also, deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit, äh, einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, Sie haben etwas gefunden? Wirklich? Das muss ich sehen. Wieder eine verborgene Stadt. Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. So, jetzt bin ich bei euch wieder. So, ähm... So, erst mal, Luffy, danke für dein Abo. Schon im sechsten Monat. Schon ein halbes Jahr bist du hier. Sie wissen, dass wir bei der anderen Städte waren. Unglaublich. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Kann wieder nichts hin. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? So, und, äh... Ja, äh, Pali, wenn der Stream jetzt dir gehört, äh... Viel Spaß damit. Ich darf hier gar nichts reden, ohne, äh... Dass die hier, die beiden hier, Lara und, äh, Jonah, da einen Punkten mitzusprechen haben. So, aber ey, Luffy echt krass, halbes Jahr schon. Vor allem das Thema mit, äh... Mit dem Tag der Toten, so. Ich feier das. Ich find, ich find diese Thematik richtig nice. So. Jetzt erst mal möchte ich aber wissen, bin ich zu laut, zu leise, ähm... Tja, unglaublich, was? Oder so spielen. Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Tja, kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Der Junge hat Alkohol getrunken. Hm. Okay. Passt. Jo, danke, Nominion. Äh, das ist ein Sound. Oh, das viele Essen lässt meinen Magen knorren. Du hättest was essen sollen. Ich war zu aufgeregt. Wie üblich. So können wir hier was essen? Bitte, bitte probieren. Mmh, riecht sehr lecker. Oh, hast du jetzt Zeit zum Essen? Ich passe mich an. Ich will die Kokosnuss-Kartoffeln, hallo. So, aber erst einmal auch an euch die Frage, wie geht's euch denn so? Lukidonien, Pally, wie geht's euch? Alles klar, danke dir, Dungie. Danke für den Dörb. So, was haben wir hier? Medizinische Pflanzen dienen der Heilung. Ich sehe ihn nicht. Suchen wir weiter. Okay, Sound anpasst. Okay, super. Ich bin mir da so oft unsicher, wegen Sound. Was Sound angeht, immer so unsicher, ob das immer passt, ob das zu laut oder zu leise ist. Weil ich so viele verschiedene Spiele momentan parallel zocker und gezockt habe, die unterschiedlich von der Laufstärke sind, dass man das immer wieder neu anpassen muss. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Aber Pally, die Woche ist heute erst Bergpester. Also, noch kannst du richtig produktiv werden, die Woche. So, was haben wir hier? So, was haben wir hier? Ressourcenküchel. Du hast vorhin gelächelt, als wir bei den Blumenhändler waren. Er hatte Dahlien, die Lieblingsblumen meiner Mutter. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe ihn. Decke, passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey, Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Äh, aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier. Wenn's nicht so aussieht, Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder? Wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich seh ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Heidi, du arbeitest an einem anderen Spiel momentan? Okay. Äh, ich wusste jetzt nur von dem einen, was wir... Äh... Was wir hier auch noch mal antesten wollten. Boah, ich muss mal unseren Chatverlauf noch mal durchsuchen. Dann können wir dann gerne die Tage mal ausprobieren, so. Wenn ich das wieder schaffe, zeitlich. Ja, Sir. Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien... ...öfter als nur einmal die Woche. Das hoffe ich niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Jonah, Dominguez führt nicht nur die Sitzung. Genau da. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Genau, das Puzzle-Spiel fundiert. Ja, ja, du hast recht. Du hast mir den ja mal geschickt gehabt, so, äh, zum... Zum Download-Logging, war das? Ah, mein Fehler. Komm, ich mach ein Versprechen. Wenn ich es schaffe, äh, diese Woche noch mal live zu kommen, so zeitlich. Ähm, wir testen das. Ab, das Puzzle war auf Eis gelegt. Am Film, inborn. Jemand hat dann ständig eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Ich frage mich eigentlich, wie groß ist ein Lehrer? Freitag und Sonntag hast du Zeit, dann versuche ich mal Sonntag hinzukriegen, dass ich Sonntag noch mal streame. Ich durchsuche noch mal unseren Chat, dass ich das finde. Dann probieren wir das mal aus. Dein Puzzle-Spiel hat Controller-Unterstützung, richtig? Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sich. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Nettes Büro. Sein LCD-Pensel ist auch hier? Nicht schlecht. Sein Sessel ist auch mega. Also, ich würde mit ihm gern tauchen. Den Stuhl hätte ich lieber als den hier, den ich jetzt hier habe. Denn bei dem Stuhl, ich weiß, ich weiß nicht, was ich da genau kaputt gemacht habe, aber... Ach, dein Puzzle ist wirklich mit Controller-Spiel. Okay, ich habe das einfach nur so als Scherz behauptet oder so. Aber nice, wenn es wirklich dann... So, da können wir nicht weiter. Ja, aber... Dann ist hier richtig nice, wenn es auch eine Controller-Unterstützung hat. Boah, ich bin auch am überlegen, wirklich, einfach mein komplettes Setup ins Wohnzimmer hier rüber zu verfrachten und von der Couch aus zu streamen. Dann liege ich da, kratze mir am Bauch, so ein bisschen am Arsch kratzen, so ein bisschen am Finger dann riechen. So, im Stream. Einfach von der besten Seite zeigen. Ey, jetzt finde ich schade, dass... Dass sie, äh... Den Poncho und... ...mehr... Eine Maya-Pyramide in so einer Art... ...Höhle... ...fasziniert... Jetzt finde ich schade, dass sie den Poncho ausgezogen hat und die Maske. Ja, okay, Falli, du hast recht, wir müssen TOS-konform sein. Wann bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück! Warte, warte, ich bin ein Regierungsbeamter. Ich hab hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich hab Geld. Ich kann bezahlen. So. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Die haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester wahren. Sie wird bald hier sein. Ah, das wird ein Level 100 streamen. Das, äh... Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Wo sind die Toten? Ich will die looten. Da ist der eine. Kommander Rogue, alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Ich sollte die Ruinen überprüfen. So, das mit dem Level 100 streamen. Das wird mir, glaube ich, noch auf ewig verfolgen. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Ah, okay. Danke, Lara. Ah, hier haben wir auch noch mal. Werbung ist gut. Nice. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Ich glaube, ich sollte mal die Ruinen überprüfen. Gibt es hier noch irgendwo was? Nö. Ich sehe nichts mehr. Gut, dann überprüfen wir mal die Ruinen. Moment mal, ist das nicht... Das ist doch das Outfit, was Lara eigentlich im Grunde auch in den alten Teilen anhatte. Nur halt in modern. Ich kenne diese Figur. Das ist X-Chel, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak-Chel, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak-Chel. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ich muss da runter. X-Chel und Chak-Chel. Die drücken sie ältere oder ältere, um sich an erkletterbaren Venn abzuseigen. Okay, das müsste gehen. Gibt es keinen Loot? Kann ich nicht einfach so hier runterspringen? Das Wasser sieht tief genug aus. Alles klar. Hier ist Commander Rulk. Sofort die Städte sichern. Wenn Dr. Dominguez reinhilft, gehen wir zusammen rein. So, ich muss mich jetzt erstmal mit den neuen Mechaniken vertraut machen. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Dr. Dominguez. Was ich mir raten, ich muss hier abseilen. Scheiße! Ich schaff das. So. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Das ist es. Jonah, ich vertrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Die Höhle sieht aber auch, bzw. der Schädel sieht auch nice aus. Kann man diese Totenkopf-Dinger-Pelsen, sag ich jetzt mal, auch in Real Life da irgendwie mal gesehen finden? Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Kein Loot. Komm wohl, warte mal. Die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Unleserlich. Doch, hier gibt's Loot. Alles klar. Flöter in der Dunkelheit auf fünf Todesflöten-Schnitzereien schießen. Ach nö. Geht das wieder los? Diese Sammelaufgaben. Wofür rennen die Ratten weg? Ich würde sagen, das ist die Kloake. Zellen. Ich seh schon, wir müssen gleich tauchen. Ja. Tauchen. Das hat nach da unten gezeigt. Geht's aber auch irgendwie nach da oben? Ja, da oben gibt's auch was. Ein Fähigkeitspunkt, äh, Fähigkeitspunkte verfügbar. Fehlende Ausrüstung. Für den weiteren Fortrapt ist das verstärkte Messer erforderlich. Okay, finden wir hier das verstärkte Messer irgendwo? Was ist das eine Fähigkeitsaufgaben? Ja! Ich versuche das auch ein Fähigkeitspunkt. Wir kommen uns zur Möte rein. Da unten ist auch noch irgendwas am Leuchten gewesen. So. Ah, hier kann man schon frei... Okay, hier kann man schon freitauchen. Unter Wasser abrunden. Gelbhabiges Rietgras. So, einmal wieder an die Luft. So. Ah, die Aale kommen schon. Habe ich irgendwas übersehen? Vergessen? Okay, hat mich doch kurz erschrocken. Okay, sie wird hektisch. Warum bewegen sich die ganzen Felsen? Ähm... Keine Ahnung, hunderte oder vielleicht auch tausende Jahre? Sind da irgendwelche Aale? Äh... Und so was? Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Und da passiert nichts. Lara kommt auf einmal und schon bewegen sie die ganzen Felsen. So, wo muss ich lang? Ich gehe zuerst. Fehlen Ausrüstung. Das versteckte Messer. Ohne verstecktes Messer kommen wir nicht weit. Da dürfen wir wieder was abschneiden. Wir wissen, was da unten ist. Keine gute Idee, da runter zu gehen. Ah, okay. Alles bebt schon. Ah, okay. Da ist eine Pyramide. Ich gehe auf zur Spitze. Also es lag an Trinity, dass hier auf einmal alles anfängt, sich zu bewegen. Komme ich da hin? Kann ich da hinspringen? Ja, okay. Schön, wie hier überall so Tote aufgespießt sind. An Zäunen. Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Jo, hier haben wir was. Gold. Gold erst verkaufen. Verkaufen Sie Gold erst an Händler. Ist das nur zum Verkaufen da, oder wie? Kann ich damit nichts craften? Einsatzziel Wegweiser. Jetzt konnte ich nicht zu Ende lesen. Ich gehe mal davon aus, dass ich da hin muss. Gebt ihr noch Loot? Ne, leider nicht. Ne, das war, äh, eine Glocke. So, wie ich das mitbekommen habe. Solche Dinger. Da sind Glocken drinnen. Und das, äh, da einfach runtergeflogen. Elster Blick. Ich sehe da was. Wir müssen da hin. Ah, die hat wieder dieses Ding nicht mehr. Zum Hochziehen. Ja, Luffy, das, äh, bei dir immer die komischen Momente. So, wenn du kurz wegschaust und dann wieder hinguckst. Dann siehst du hier auf einmal, äh, die Glocken schwingen. So, Tempel des Mondes. Man, ein Steinabrieb über den Tempel des Mondes. Bei mir war heute Nacht richtig stark Regen. So, ähm, ein Loot war hier jetzt nicht. Apropos, äh... Komm, äh, nee. Wie komme ich da hinten hin? Hier gibt's doch Loot. Da unten war, war was, was ich haben will. Ähm, ähm... Ich glaube, den Sprung werde ich nicht überleben. Einfach, weil das Spiel wahrscheinlich es nicht will. Ich glaube, muss das doch irgendwie noch einen Weg geben. Die Glockenplattform hängt fest. So, machen wir das schon mal weg? Oder auch nicht? So, das würde... dahin rollen. Ah, okay, das ist so ein Ding. Okay, äh... Ich glaube, ich verstehe. Ich drehe auch noch erstmal in die falsche Richtung. Auch super. Befreien wir die Glocken. So, noch mehr Loot gibt's jetzt nicht. Okay. Nein! Lara! Jetzt ist zu hoch. Die hätte direkt weiterspringen sollen. So. Erst, ich glaube, ich bin einfach oben am Moment und ausgedrönt. Okay. Jetzt ist das Geb Lorenz. Oh, nein! Ap wink. ась �chläge. Du bist? Jetzt ist das REMemziehen. Jetzt stimme ich her. Okay. Whatever. Ja, ich höre dich. Die X-Chel, die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Ku-Kul-Kan. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami, ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. Soviel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist der Vulkana der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Hm, das sieht wie die Hydra-Konstellation aus. Aber die Sterne sind falsch angeordnet. Achso, ich dachte, ich muss er da jetzt sehen. Welche Ahnung? Der ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chels Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Du musst uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Natürlich muss immer alles kaputt gehen. Passiert da überhaupt was? Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ich kann hier nicht runter. Dann kriegen wir auch Verstärkung. Es ist nur dieser eine Stück vom Felsen abgebrochen. Also. Mehr war da jetzt nicht. Schwache Wände. Ja, das kennen wir. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Leben wird alles überflucht. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überfluche gerade die Pumpe. Die haben hier direkt... Wir sorgen dafür, dass alles okay ist. Die haben hier direkt ihren Eingang dahin. Und schon eine Stadt gebaut. Die kommen da nicht mehr rein. Jetzt ist keine Zeit für das Spielchen, Blödmann. Steckst du Ortzug fest? Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein Einheim... ...fischer Arbeiter. Komplett hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Bewachsene Wände bleiben in der Nähe von überhocherten Wänden, um getan zu werden. Aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintritt. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. So, gibt's da noch jemanden? Das sind jetzt halt nur die drei, eh? Verdammt. Keine Sorge, krieg ich hin. Bereit machen. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. So. Hi, Pashi. So. Wer hat keine Privilegien mehr, was? Wen haben die erschossen? Gibt's hier noch Loot? Hier gibt's noch jede Menge Loot. Nice. So. Ich muss schnell sein. Oder mir Zeit lassen. Okay. Entsorgen wir die Leichen. Du? Hörst den Polizeifong an. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Rogue und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Wir haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war's das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager, hier ist Gamma-Leader. Wo bleibt die Verstärkung? So, nice. Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelfieh erschossen. Aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Kommt er hier hin? Basislager. Das Signal lässt nach und rauscht. Basislager. Bitte kommen, Basislager. Okay, nice. Zum nächsten Raster. Verstanden. Wieso holt ihr jetzt den Bogen raus? Bitte kommen, Basislager. Stammt uns. Bewegung. Ja. So macht man das. Ich hoffe, im späteren Spielverlauf kriege ich das auch noch so hin. Möglichst sneaky unterwegs zu sein. Inspektoren kommen. Bereit machen. Fast geladen. Sind das die Benzinkanister für die Belagerung? Ja, vor 5 Minuten angekommen. Ist es gut, Sie sind an der Mauer zu ladern. Wie gesagt, Sie wurden gerade erst geliefert. Wir bringen Sie später noch tiefer rein. Zieh hoch? Nein. Sind das nur die drei jetzt? Zu viel Druck vielleicht? Ja, vielleicht. Was jetzt? Warten wir einfach ab? Ja. Verdammt. Wir haben für sowas keine Zeit. Wir sollen die Mauer sichern. Das Wetter ist furchtbar. Also, kann ich die irgendwie ablenken? Ich habe hier jetzt nichts, das ich eben werfen kann, ne? Die Glocke kann ich auch nicht abschießen. Das Blank ist nur schlapp. Jetzt bewegt er sich weg. Äh... Dann brauche ich eine lange, heiße Dusche. So, wo ist er? Da. Die Mission ist voll. Ach, wir sind noch momentan in Mexiko. Okay. Das wird eine lange Nacht. Ähm... Ich habe eine Granate. Dann bleib. Der Sturm kommt ziemlich schnell. So. Status. Scheiß, aufpassen! Kommen. Weg. Verstanden. Sicher bestätigt. Es ist Proft. Angriff. Mingus wird sie lebend. Sie tötet unsere Leute. Scheiße! Verstanden. Ziel gesichtet. Maniki! Ich habe den Gehlecopter immer gehasst. Ein Moment. Aber jetzt... Jetzt habe ich... Okay. Warte. Ein Moment. Ich... Ich erledige diesen. Eben, dann... Aua. Scheiße. Da sind noch mehr. Wer ist hier das Miststück? Du Miststück. Nenn mich nicht Miststück. Hoffentlich waren das alle. So. So. Und, Raniki, dann für dich. Hier. Ich hoffe, du bist glücklich. Plötzlich... Genau. Auf einmal so ein Shooter. Gerade noch Stealth Game. Und jetzt, äh... Shooter. Aber okay, äh... Ausrüstung ist komplett. Ich würde eigentlich bei der Pistole bleiben. Ich mag die Pistole irgendwie am meisten. Okay. Zum Looten gibt es, glaube ich, nichts mehr hier. So. Okay. Machen wir... Machen wir hier auch. Wie krass das eigentlich immer... Fällt mir jetzt erst auf. So krass die Türen eigentlich immer so aufspringen. Wenn man... Die so aushebelt. Da ist sie. Ey, Pashi, ich mach heute auch nicht lange. Nachher bin ich ja... Ich mach heute nicht lange. Weil... Ich wollte so oder so noch zu dir. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lange für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck Chill. Mein Leben lang habe ich danach... Wo ist die Schatulle von X-Chill? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche. Gewalt. Und ohne all das hier... Aber ohne die Schatulle... Droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hast das doch auch gemacht. Kalt. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt. Und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Die Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Perfektes Timing. Warum kam das nicht irgendwie zustande, als das Dings entfernt wurde? Ah, ihr darfst mich schon bewegen. Okay. Warum kam das erst mit dem Tsunami, als er von erzählt hat? Dominguez, glaube ich. Gieß er. So, ich weiß nicht, wohin. Ich bewege mich jetzt einfach. So, ich weiß nicht, wohin. So, werden wir jetzt nur Stein erschlagen? Nee, Pashi, äh, weil, äh, Live Let's Play, habe ich keine Alerts an. Also, zumindest, äh, keine Sound Alerts. Äh, ich weiß nicht, wohin. Die Richtung, okay. Wenn ich jetzt etwas spielen würde, äh, ach, hier Sauerstoff. Wenn ich etwas spielen würde, jetzt, äh, was ich nicht parallel aufnehme, äh, dann wäre es was anderes. So, komm. Äh, Wanniki, Alberts war, war schon richtig. Er meinte Alberts, nicht Alberts. Okay, da müssen wir hin. Okay, da müssen wir hin. Okay, da müssen wir hin. Ich weiß nicht, wo, ist es? Okay, ja. Wuhh. Uh-ohh. 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 Ich dachte gerade, die wurden von einem Stück Holz aufgespüßt. Wo muss ich lang? Okay. Äh, nein. Erster Tod. Das war jetzt der erste Tod heute. Das war jetzt der erste Tod. Jo. Und er ist das totes Kind. Joana! Joana! Lara! Ich habe mir Sorgen gemacht. Es ist schief gegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagt, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Aber ein Mann wie er, wir müssen ihn aufziehen. Und an Atem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein. Wir müssen vor Trinity, die verborgene Stadt, finden und die silberne Schatulle. Okay. Aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn ihr die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Rosa Fisch und silberne Kronen. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Dann besorge ich ein Flugzeug. Was ein herrlicher Anblick. Was ein herrlicher Anblick. Ich denke, dass wir nach einem Vulkanausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenbad. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet, verfolge das Schlangenherz bis zum Werk mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frage mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Den Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Ein Berg mit Wolken. Was ist das? Wie das ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Genau, Wolken mit Berg. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir müssen, steuern! ich weiß leider nicht wie man waschmittel herstellt also da habe ich ein bisschen ungebildet in dem bereich aber auch nur in dem fachgebiet alles andere kriege ich hin ja Ich glaube, dass du probierst, eine Pizza nicht im Ofen zu verbrennen. So, aber Falli, ähm, eigentlich an sich trifft sich das gut, wenn du dann, äh, eh, dann jetzt kurz weg wolltest zur Wäsche, weil ich habe keine Cola mehr und wollte mir dann einen Kaffee machen. Dann würde ich jetzt einen kleinen Break machen, so, ähm, und, äh, bisschen Kaffee, äh, vorbereiten. Dann wäre ich auch gleich wieder da. Dann wäre ich auch gleich wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020